Hey Leute, was geht? Ja, wir kommen jetzt mal zu einem 20-minütigen Gaming von Star Wars Battlefront. Wir spielen heute mal Jägerstaffel, dann spielen wir mal anders, zum Beispiel Heldenjagd oder so. Können wir dann auch mal spielen. Und wir haben gleich was gefunden. Und bei Jägerstaffel geht es eigentlich, man ist entweder bei den Rebellen oder beim Imperium. Und man hat halt dann, entweder, was hat man denn eigentlich nicht, also für Flieger, ich weiß es gar nicht mal ganz genau. Auf jeden Fall hat man zum Beispiel die Rebellenflugzeuge, wie der X-Wing, glaube ich, heißt er, noch irgendeins. Und bei dem Imperialismus, das sehen wir jetzt gleich dann, haben wir dann den Jäger und den Abfalljäger, die Abfalljäger. Und wir haben, beide haben Spezialfähigkeiten, wie zum Beispiel Boost, Schutsche, also da jetzt haben wir bei dem Boost und eine Rakete. Und wir versuchen natürlich gleich, oh mein Gott, wir können nicht bremken oder so. Wir wollen natürlich gleich Boba Fett sein, das ist das erste Mal, wo ich ihn hab. Mal schauen, ob ich mit ihm umgehen kann. Ich feier es, dass ich jetzt ihn habe. Oh mein Gott, lass mich einfach mal. Sensor zerstören. Ich seh' so gar nicht. Hm, das sieht aus wie so Pizzastück oder ja. Oh mein Gott. Wir haben uns gleich gegenseitig gekippt. Oh Gott. Wir haben uns gleich gegenseitig gekippt. Wir lassen uns schon bitterbisschen. Ich hab jetzt gar kein Fenster, ich kann nur noch zu lauter, wenn es so lang ist oder echt. Das braucht man natürlich mal nicht. Da oben der ist schon fast. Aber hier ist ja fast niemand. Jetzt haben wir ihn jetzt am einen anvisiert. Aber jetzt müssen wir ihn zerstören. Sie versuchen, sich aufs Korn zu nehmen. Du hast den feindlichen Jäger im Nacken. Bisschen selber, mal laufend draußen, da kann ich ja auch diskursivier. Oh. Rakete. Oh Gott, jetzt müssen wir da mal ein bisschen zerstören. Hm, da unten. Mal da, mal da. Da ist wieder den Boba Fett. Mal probieren. Hm, das sieht glaube ich auch so aus. Oh, da ist halt da, das ist so. Hochziehen. Boost. Am bei. Natürlich schieß ich Pfoss. Jetzt probieren wir nochmal einen Ruhm zu zerstören. Okay. Was ist für Pfoss? Oh Gott. Oh Gott. Kapp, oder? Was ist für Pfoss? Wird er mir jetzt mal angeht? Ah, okay. Jetzt wird er. Kann ich dann aber auch hochziehen. Das ist kass. Da war doch was. Ja. Ja. Und dort KSI macht ein Crossbar-Challenge gegen Ackdenfänger. Ja. Ich hab auch gegen Torel gespielt. Und war hier irgendwo? Nein. Nein. Weißt du jetzt? Ja schon. Das ist, dass wir fliegen einfach rein, oder? Oh, ja ich sag's doch, wir fliegen noch rein, aber jetzt müssen wir mal punkten. Wir haben nur noch, es ist nicht mehr lang. Ah, das wird jetzt erstärkt, oder? Wir haben noch eine Tonne. Ich brauch noch drei Minuten. Äh, sechs Minuten meinte ich. Kommen. Kommen. Jetzt sind die eh alle dort. Jetzt kann man da bisschen was. Jungen, du machst das mal aus, Juni. Komm, jetzt halt jetzt halt. Ja, ja. Oh, wie sie immer ausweichen. Ich werde jetzt selber abgeschossen. Das kann's doch wieder nicht sein. Alter. Was macht dieser Typ denn da? Und dann werd ich auch noch abgeschossen, Mann. Das kann's doch schon wieder nicht sein. Mann. Das ist wieder zum Ausrasten, Alter. Das ist... Klingst du mal bitte schneller? So, Jetta. Ja. Ja, endlich, Alter. Endlich. Ich werd hier fast wieder selber zerstört. Das ist ganz richtig. Das ist ganz richtig. Das wärst du nicht. Das wärst du nicht wieder nicht. Das wärst du nicht. Das wärst du nicht. Das wärst du nicht. Schatt' ich das? Nein, 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 nein. Ich hab's die Schlachtendleister. Ich hab's in 33 Minuten. Ich hab's doch mal eure Scheine gefressen. Ich hab's nicht mehr. Die haben jetzt mal wieder welche verstorben, die haben jetzt erst einen zerstört und die haben jetzt zweimal in die Strecke gebrochen. Treffe ich den nicht derzeit, 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 jawoll, ja, was fliegst du? Was macht denn der? Mann! Mann! Gen achterliebe... Mann! Mann!! Mann! Mann! iß.. Mann! Mann! Ja, klebt den seit 10 Minuten hinten dran, auch wenn das Video noch nicht so lange geht. Das sieht aus, wenn zwei Kills sind, sind viermal gestorben, dann kann es auch wieder was sein. So was regt mich echt auf. Vielleicht wird auch ein paar Leute, die sagen, warum man seine Fresse halten, Alda. Ja, ihr seht schon, ich hab schon ein bisschen gespielt. Und... ...und... 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 ...2006 Münzen. Das ist wunderschön. 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 Das... ...und... 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 Ich... ...ja... ...das war... ...mhm... überhaupt wir haben immerhin nicht zu haben er hat auch nicht bringt er uns Glück wir haben es jetzt zehn Minuten mal zu zweifeligen die Spiele immer noch und man ist es hier das muss man ein Ballern das nächste der 1 nicht da müssen noch zu sehen sie sind wir sind in der Ausdruck auf dem Ausdruck das ein erledigt war auch sehr wohl ist abgeschossen das ist und soll sterben alter der woher vor ich kann nicht es ist ein wenig die auch die diese wie für eine Form zu haben mit der Warte doch was auch zu sehen jetzt bist du da jetzt bist du tot auch tot er wolle 500 Punkte ich war abgeschossen nein boah leck mich doch am Adreschalter nein ich will noch den haben da habe ich ihn jetzt da Romain bitte hat nein ich habe ich hatte ihn doch ich hatte ihn es gibt es wurde in den Hauptmann Hauptmann es hat die Güte der Baller los der sie sind auch in die Rakete die Stadt immer ganze Tafel teil ich stand aufs Weg dass sie da noch was daraus von mir das ist ja wie er hat sie gesagt Leere haben ihn bevor sie wieder haben. Weil der weiße ist als die andere. Das war ein bisschen unnötig, dass ich das einfach da reingeballert habe. Jetzt ist der aber tot, Alter. Jawohl, er ist tot. Tot ist er. Komm, jetzt machen wir die beste Runde, die es gibt, Alter. Wir müssen jetzt mal schnell diese Liste erreichen, sonst sehe ich schwarz für uns. Aber wir schaffen locker. Mach einmal den da. Oh mein Gott, den Boba Fett. Ich gehe lieber nicht auf den. Ich gehe lieber nicht mehr an. Stefan B잖아요. Rotwücher. Ich gehe mir einfach an. Und ich gehe buenas noch. auf dieser dann wo man schenkt auf das abwarten er sofort er sofort wurde er und wir haben warum haben wir ihn nicht man muss schon mehr von der Zeit der Zeit der Zeit der Zeit der Zeit der Woll diesen Autonomie ruhig egal Städtisch wir haben Städtisch und das der die Schwarzschule dort die Bauern so so schnell geht und schaffen wollen was man zur Arbeit braucht wenn man mit dem Tag arbeitet das ist auch tot Das war jetzt echt gefühlt. Oh mein Gott, das ist Oberfahrt. Oberfahrt. Nee, den kann man fast gar nicht zerstören. Das ist unmenschlich, was der ausfällt. Und dadurch bekommt man sehr viele Punkte. Da, hier noch Schild aktiviert. Das ist der größte Scheiß-Dag, der es ist hier, was ich hier gesehen habe. Drei Tonfenschläge. So, jetzt müssen wir mal wieder ein bisschen zerstören. Und wir haben noch... Wir haben nicht mehr so viele Kills, wir haben nur noch 18 Kills, glaube ich. Ich habe hier halt nur noch 15 Kills, aber das ist Oberfahrt. Ich kann ihn nämlich nicht mehr anvisieren. Aber dafür den? Nein. Wurde nicht als meiner gewertet. Aber, okay. Okay. Und der Transportschiff ist gestautet. Haltet alle feindlichen Hilfe von ihm verabschieden. Ja, komm hoch. Oh, oh. Okay, meine zweite Rote Karte. Ich weiß sie. Ja, Leute. Ja, ein kleines kann man ja dann noch ein bisschen spielen. Oder nein, ich würde mal sagen, wir brechen hier dann langsam ab. Wir haben so die 15 Minuten voll und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Alles. Tschüss.